So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich lag eigentlich gerade schon im Bett, wollte Serie schauen, mit Pupsi noch ein bisschen zum Abend ausklingen lassen und alles. Dann sehe ich, dass mein Männchen sich plötzlich selbstständig macht und hier abhaut. Ne, das ist jetzt gerade nur so. Also, weiß ich nicht, was der macht. Keine Ahnung. Ich kann aber mal kurz mein Showcase abholen. Ich bin dreimal Platz 1. Größtes Algit, Algit und Handrak. Wunderbar. Was gibt es denn heute für Belohnungen hier? 4.500 Staub, ein Magnet-Lockmodul, dreimal Rauch, eine Super-Brutmaschine, ein Gletscher-Lockmodul, eine goldene Himi-Beere, zwei Sternstücke und nochmal 30.000 Erfahrungspunkte. Das ist auf jeden Fall fett, aber darum geht es nicht. Es geht nämlich wieder mal um das Go-Fest. Eben ist gerade ein Artikel erschienen, nochmal zum Go-Fest. Weitere Details zum Pokémon Go-Fest 23 enthüllt. Hyperboni, Habitatzeiten und vieles mehr. Jetzt habe ich letztens ein Video hochgeladen, mein letztes Video zum Go-Fest, vor dem Go-Fest. Und jetzt mache ich ein Video über das Go-Fest. Clickbait! Also der letzte Titel, aber wusste ich doch nicht, dass sie jetzt da noch was dazu sagen. Ich dachte, vielleicht gibt es das Go-Fest und dann ist es okay. Aber natürlich, ich habe es ganz vergessen, jedes Jahr gab es natürlich auch einen Hyper-Bonus. Je mehr Herausforderungen man nämlich geschafft hat, insgesamt als Gruppe weltweit hin und her, wurden verschiedene Sachen freigeschaltet. Besondere Events, beziehungsweise Events, die nach dem Go-Fest stattgefunden haben, wurden aufgewertet mit noch mehr Zusatzinhalten. Und es gab auch spezielle Raid Days dann, die man sich erarbeitet hat. Wir werden gleich darauf eingehen, ich werde das gleich mal alles hier zeigen, was da steht. Da werdet ihr nämlich sehen, dass da gar nichts steht. Aber ich trotzdem das jetzt mal ansprechen möchte. Da ist nämlich auch Spielraum, Platz für Spekulationen. Da könnt ihr auch mal sagen, was ihr denkt. Vorher aber noch eine wichtige Info. Ich habe es zwar schon im Community-Tab geteilt, aber es betrifft die Fan-Rates. Es hieß ja die ganze Zeit, am Go-Fest-Wochenende, am globalen, ist dieses Limit von 5 Fan-Rates pro Tag aufgehoben. Und ihr könnt 20 Fan-Rates pro Tag machen. Jetzt gibt es eine aktuelle News, die ich wie gesagt geteilt habe im Community-Tab, dass auch diese 20 Fan-Rates hinfällig sind. Die Limitierung ist während des Go-Festes komplett weg. Das heißt, ihr könnt unendlich viele Fan-Rates machen am Go-Fest-Wochenende. Ihr könnt also eure Freunde einladen und die können theoretisch jeden Raid mitmachen, zu dem ihr einladet. Wenn ihr eingeladen werdet, ihr müsst nicht gucken, bei welchen 5 Leuten gehe ich jetzt rein oder bei welchen 20. Ihr könntet jeden Raid, zu dem ihr eingeladen werdet, mitmachen. So könnt ihr natürlich auch über diverse Apps wie, was weiß ich, Pogel Raid, so nennen wir mal Pogel Raid, Pogel Genie, sonst was, wo man ja auch über Fan-Rates interagiert, dass man da was machen kann. Die könntet ihr also auch ausgiebig nutzen oder andere Sachen oder eure Freunde, die ihr da alle so habt. Also das erstmal die wichtigste Info sowieso. Jetzt nochmal auch jetzt hier in diesem Video gesagt, unendlich viele Fan-Rates am Go-Fest-Wochenende sind möglich. Weitere Details zum Go-Fest 23 enthüllt, Hyperboni, Habitatzeiten, vieles mehr. Erstens zeigen sie euch hier nochmal. Samstag, Sonntag, 26. und 27. August, 10 bis 18 Uhr. Die Habitate haben wir ja schon ausgiebig vorgestellt. Jetzt seht ihr auch die Habitatzeiten. Das Ganze fängt nämlich mit dem Quarz-Terrarium an von 10 bis 11 und wird dann, wenn alle durch sind, 14 bis 15 Uhr wiederholt. Das zweite wäre das Pyrid-Sande-Habitat, 11 bis 12, 15 bis 16. Das Malachit-Wildnis-Habitat, 12 bis 13, 16 bis 17. Und das letzte, Aquamarin-Küste, 13 bis 14 und 17 bis 18. Ist jetzt unspektakulär, weil ihr eh schon wieder vergessen habt, welche Pokémon da drin vorkommen. Aber ihr seht auch im Heute-Tab dann immer, welches Habitat gerade wo zu finden ist. Also gerade da ist, Feldforschungen in Hülle und Fülle. Am 26. August könnt ihr jede Stunde von 10 bis 18 Uhr neue Feldforschungsaufgaben bei Pokestops erhalten. Also immer wenn das Habitat wechselt, werden alle Quests resettet an den Stops. Normalerweise macht man ja eine Forschung an einem Stopp. Und an dem Tag ist der Stopp dann erledigt von den Forschungen her. Aber da ist es, jede Stunde wird es resettet und ihr könnt wieder neue Forschungen von den Stops holen. Also aus einem Stopp könnt ihr acht Feldforschungen quetschen. Raid-Kämpfe erwarten euch. Trainers around the world can now start Raid-Battles more quickly by using the Ready-Button. In London, in Osaka und in New York war das schon integriert, dieser Ready-Button, dass wenn die Leute in der Lobby sind und ihr seid, sagen wir mal, ihr seid zu fünft in der Lobby, alle vor Ort, und ihr wollt einfach loslegen. Ihr wollt keinen mehr einladen, ihr wollt auf niemanden warten. Dann konnten alle fünf auf bereit drücken und dann ist der Kampf, dann ist die Lobbyzeit übersprungen worden. Ihr seid direkt dann in den 10er-Countdown geknallt und konntet loslegen. Gleiches ist, wenn die Lobbyzahl 20 erreicht, dann erkennt das System auch automatisch, oh, die Lobby ist voll, da kann gar keiner mehr rein. Auf wen wollen wir denn überhaupt noch warten? Wir warten auf niemanden mehr. Sobald die Lobby voll ist mit 20, boom, geht der Kampf los. Das wird wohl auch zum globalen Go-Fest jetzt gezeigt, eingeführt. Ich weiß nicht, ob das dann für immer da ist und bleibt oder nur bei diesen diversen Events. Was steht denn noch da? Tap the button in the Raid-Lobby when you are ready to start. When all trainers have indicated, set say are ready, the Lobby-Timer will count down from 10 seconds. Das habe ich ja eben erklärt. The Ready-Button will appear when there are at least two trainers in the Lobby. If a raid reaches full capacity, capacity, 20 Trainer, the timer will be reduced to a 10-second countdown, so everyone can get to the Raid-Boss more quickly. Das ist auf jeden Fall Englisch. Skills. We hope this enables trainers to take one more of their favorite Raid-Bosses. Die wollen also, dass ihr möglichst viele Raids macht, viele Raid-Pässe kauft und ausgebt, damit die mehr Geld kriegen. Das ist doch schön formuliert. Jetzt aber der Hyper-Bonus, was ganz speziell ist. Während der Habitatstunden am Samstag können Ticket-Inhaber auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um eine globale Herausforderung zu bewältigen. Wenn diese Herausforderung rechtzeitig gemeistert wird, erhalten Ticket-Inhaber für den Rest der Stunde einen besonderen Bonus. Kennen wir, war ja sonst auch immer schon so. Wenn ihr insgesamt 20 Herausforderungen meistert, werden außerdem die diesjährigen Hyper-Boni zum Pokémon-Go-Fest freigeschaltet. Wer kann sich erinnern, die allerersten Hyper-Boni, die es damals gab, beim allerersten Go-Fest, als das gemeistert wurde und so weiter, gab es einen Raid-Day mit Arctos, einen Raid-Day mit Zapdos und einen Raid-Day mit Lavados. Und zu diesen Raid-Dayen wurden die drei Vögel jeweils als Shiny eingeführt. Das war richtig cool, denn man hat das Go-Fest gespielt. Und wenn man bei dem Go-Fest viel gemacht hat und zusammengearbeitet hat und diese Herausforderung geschafft hat, gab es eben für jedes Ding, für jede Stufe, die da gemacht wurde, einen speziellen Hyper-Bonus. Teil 1, 2, 3, ein Raid-Day. Arctos saß drei Stunden lang an jeder Arena, überall. Ihr hattet fünf freie Pässe an dem Tag. Die Shiny-Rade war mega krasser Höhe. Das wurde als Shiny überhaupt eingeführt. Solche Raid-Days damals und so Raid-Touren haben mega viel Spaß gemacht. In Lavados Raid-Day war auch eines der ersten Videos noch mit auf diesem Kanal, was ich hochgeladen hatte. Da waren noch ganz andere Zeiten. Wenn ihr jetzt mal vergleicht, meine Videos, wenn ich raide, wie ich da alleine stehe und immer zehn Leute einladen muss, weil keiner da ist. Und wie wir damals mit Bus, also mit einem Privatbus, von Raid zu Raid gefahren sind, von Kaff zu Kaff, Arena, Arena, hin und her, drei Stunden unterwegs, volles Produkt und 26 Raids durchgeschreddert haben, das war richtig genial. Hier steht jetzt ein Fragezeichen Abenteuer. Ein besonderes, noch nicht angekündigtes Event findet vom Dienstag, den 5. September, 10 Uhr bis Sonntag, den 10. September, 10 Uhr Ortszeit statt. Und zwar unabhängig von der Anzahl der gemeisterten Herausforderungen. Was aber kommt dazu? Der Hyperbonus zu dem Fragezeichen Abenteuer. Wie gesagt, es gibt halt Events, die eh stattfinden. Durch den Hyperbonus könnt ihr diese Events noch aufpäppeln und noch mehr Sachen freischalten. Wenn also der Hyperbonus aktiviert wird für das Fragezeichen Event Abenteuer, dann gibt es Raidcampe der Stufe 1, zum Beispiel das, 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 das und auch das. Das sind fünf verschiedene Dinge. Werden das etwa Icognito sein? Die dann schillern können? Werden das neue Pokémon sein? Ich glaube nicht, dass das was mit der Paldea-Region zu tun hat, denn dann würden da vielleicht drei Sachen sein, die drei Starter, aber die werden ja nicht direkt zu Beginn als Shiny eingeführt werden. Oft war ein Hyperbonus bei bestimmten Sachen auch Icognito-Raids, die man nach dem Go-Face machen könnte. Hier sind es fünf Sachen. Welche fünf Sachen werden hier in die Ina-Raids kommen? Was denken ihr? Schreibt es mal rein. Auf jeden Fall können alle fünf Sachen in den Ina-Raids Shiny sein. Vielleicht kommen alle vier Pikachus nochmal dann bei dem Event in die Raids mit den Kronen. Und das, was es in London, Osaka und New York gab, weil das gibt es ja nicht beim Globalen, dass man da die Chance hat, das auch noch zu bekommen. Wären auf jeden Fall fünf Pikachus, alle mit Krone, alle besonders. Wäre vielleicht logisch. Ich weiß nicht, was denkt ihr? Icognitos, Pikachus oder was ganz anderes? Hyperbonus, kostenlose, befristete Forschung. Während des Events ist eine befristete Forschung verfügbar, bei der ihr Fragezeichen begegnen könnt. Außerdem könnt ihr mit etwas Glück auch schillernden Fragezeichen in Pokémon GO begegnen. Jetzt denkt aber nicht, dass es um das Icognito Fragezeichen geht. Fragezeichen ist hier nur ein Platzhalter für, dass da nicht dasteht, was es ist. Also, es ist irgendein besonderes, vielleicht ist das das Ausrufezeichen Icognito. Denn das gab es ja auch in Osaka, in London, in New York, das fehlt beim Globalen. Ist aber vielleicht hier dabei, dass ihr ein Ausrufezeichen kriegt, was auch scheinlich sein kann, weil das gab es ja eben. Aber das ist, ja gut, das wäre jetzt, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Außerdem Hyperboni, Hyperbonus Boni wären dieses Fragezeichen Events vierfache Fang-EP und vierfacher Fang-Sternenstaub. Und ich glaube, vierfachen Staub zum Fang gab es noch nie. Hyperbonus Fragezeichen, wenn ihr insgesamt 20 globale, stand das aber nicht auch hier schon sowieso, wenn ihr insgesamt 20 globale Herausforderungen gemeistert habt, werden zusätzliche Boni für die Dauer des Events freigeschaltet. Aha, das wird hier nach und nach aktualisiert. Und jetzt aber hier nochmal, wenn ihr 20 Herausforderungen gemeistert habt, könnt ihr an einem besonderen, noch nicht angekündigten Event teilnehmen, das von Sonnag den 10. September 10 Uhr bis Freitag den 15. September stattfindet. 20 Uhr. Also ihr habt vom, vom, was war das, vom 5. vom 5. bis 10. das eine und danach folgt direkt vom 10. bis zum 15. das andere. Und hier gibt es Pokémon Debuts. Die folgenden Pokémon erscheinen zum ersten Mal in Pokémon Go. ein Käfer, ein Elektro, ein Flug, ein Eis. Bleibt dran, bald folgen weitere Informationen zu Events nach dem Pokémon Go Fest Global. Das ist die ganze Info, aber das ist, man ist schon ein bisschen gehypt, weil es immer das große Rätselraten ist, finde ich. Das ist auch nichts mit Paldea, das hat nichts mit den Startern zu tun, denke ich mal, weil das ist ja, was ist es dabei? Nichts. Wir haben keine Pflanze, wir haben kein Feuer, wir haben kein Wasser, wir haben Käfer, wir haben, äh, Flug, Eis und Elektro. Was ist das? Da bin ich zum Beispiel komplett ratlos, da würde ich auch gar nicht versuchen, irgendwas zu raten. Da könnt ihr mal sagen, was ihr denkt, was dann da reinkommt. Und das sind jetzt erstmal die neuesten News zum Go Fest. Unendlich viele Fan-Rates am globalen Go Fest. Die Habitat-Zeiten, die Reihenfolgen, die Hyperboni, zwei Events, die dann im September stattfinden. Je nachdem, wie gut wir abschneiden, werden die Events gut oder mega krass gut werden. Auch wenn da jetzt nur von Raids die Rede ist, die es dann gibt, die ihr dann auch wieder ja bezahlen müsst und euch erkämpfen müsst, so ungefähr. Naja, egal. Das sind News. Schreibt ihr mal rein, was ihr davon haltet, wie eure Meinung dazu ist, was ihr denkt, was da kommt. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut. Euer Ramses.